hallöchen und willkommen bei cuphead ein spiel was ich mir schon länger mal vorgenommen hatte ja zu zocken und allerdings keine zeit bisher hatte aber jetzt können wir das machen und ich bin sehr gespannt drauf soll ja relativ schwer sein mal schauen wie ich mich schlage ich mache ja habe mit absicht die webcam angelassen da ich denke dass es zu der ein oder anderen lustigen cremasse meinerseits kommen könnte so wir legen direkt los optionen da gibt es nicht viel zu sagen ich denke mal der rest wird im spiel schon erklärt schauen wir uns mal an also das war bloß das war bloß zum testen genau da ich kein so gutes englisch beherrsche erspare ich uns das mal und lese das nicht auf englisch vor die beiden sollen wohl irgendein deal mit dem teufel letztendlich eingegangen sein und ihre seelen müssen sie sich wiederholen indem sie einige bösewichte für den teufel erledigen so der grobe umriss der story so genau da sagt er noch hier macht euch los macht euch auf den weg und die beiden tun was er sagt wie gesagt so gut englisch kann ich nicht da kommt es mir jetzt aber auch nicht so drauf an so hoch ja okay so erst mal das tutorial einmal ducken ja ich denke ich natürlich mit dem gamepad zock ich es okay 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 so könnte ich auch stehen bleiben moment parry slap so das ist jetzt was für ein zwei spieler modus exit movie was haben wir hier ein coin okay da können wir dann sachen im shop kaufen ah das ist der super move da links unten habe ich solche karten und kann ihn dann einsetzen alles klar secrets oder sowas keine ahnung auf alle fälle sehr nett gemacht ich glaube ich kann die musik sogar noch ein bisschen lauter drehen moment ich glaube das müsste noch gehen so weiter da geht es raus ich hoffe ich gehe jetzt nicht zum hauptmenü sondern auf diese oberkarte genau so und es gibt wohl auch für einige stages zwei schwierigkeitsgrade drei weiß nicht aber man muss wohl immer den höheren überhaupt ja beenden damit man auch das spiel durchspielen kann deswegen würde ich direkt von anfang an auf den schwersten schwierigkeitsgrad den es mir anzeigt versuchen zu zocken 3 gold coins danke liebe tomate wenn es ein apfel ne ok das wäre direkt auch eine aufgabe hier wäre der shop schauen wir ganz kurz hier rein hallo jaser extra leben ok das sind verschiedene sachen die beiden hier das erste und das dritte um irgendwie schaden zu machen einmal auf entfernung einmal auf kurze entfernung mit einem hohen schaden smoke bomb ok ok ich kaufe erstmal nichts wir haben bloß vier coins ähm vielleicht findet man die in einem level oder hält die nach abschluss ok da kommen wir auch noch nicht runter also wir könnten hier irgendwas machen hier oben ok warnen gun forest follies ok hier ach ja stimmt hatte ich was gelesen bei den normalen level wie die hier kann man wohl diese coins sammeln die man hier im shop eintauschen kann und das wären dann wohl die richtigen level wo man die boisse besiegen muss wir machen erstmal das erstmal muss ich ein bisschen reinkommen seht es mir bitte nach wenn es nicht auf anhieb gut läuft ok wo 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 Offf! Ho, ho, ho! Oh Gott! Ho, ho! Pfff! Im ersten Level. Vielleicht am besten gar nicht stehen bleiben, ne? Pew, pew! Oh, komm! Ho, ho! Das ist noch ne Goldcoin! Ach, warte mal! Da fällt mir grad was ein, aber ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät. Kann ich mit den Dingern hier nicht diesen Doppelsprung machen, wo ich dann nicht verletzt werde? Oder dieser... Oder dieser... Jawel! Oh Gott! Das war knapp. Alles klappt. Oh! Fuck! Was? 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 Oh! Mann! Der spuckt immer noch irgendwas, ne? Das ist schon mal! Oh! Jetzt hat er nicht nach oben geschossen! Beziehungsweise ich! ich hab da oben geschossen keine zehn minuten spiel ich hasse mich jetzt noch gespuckt hat er nicht so jetzt aber ich meine ich habe hier eigentlich keine zeit beschränkungen ich könnte mehr zeit lassen so ein bisschen nein ich hätte einfach gedruckt bleiben soll nicht nein So ich kann mich auch Ja ich vollidiot nein du bespuckst mich nicht Ob du Helikopter Mann Arschpilz gibt es das vielleicht eine krankheit und ich mache mich hier Also es macht schon Bock ne zumindest die Steuerung ist äußerst präzise das gefällt mir schon mal Also rechts oben dort wo die Kamera ist da geht nichts relevantes vor sich Oh Gott ich frage mich was das werden soll später mal bei den Boss Leveln aber Ähnlich ging es mir auch damals mit Dark Souls Und irgendwann ist es einfach nur noch geil Und genau dasselbe hoffe ich hier natürlich auch Ab Blumenmann Du auch Ach fuck da kann ich nach unten springen ne Äh nach unten Ich bin so dumm ich bin einfach nur dumm Ich hasse mich ich hasse mich Da kann ich nach unten schließen oder Doch kann er Okay Gut Doch das geht nicht Einfach mal ausweichen Einfach mal ausweichen So jetzt mal mit Ruhe Und Gelassenheit Dann wird das nämlich auch was Ne Das ist ja auch so eine Sache Man muss einfach selber aus seinen eigenen Meistens ziemlich bescheuerten Fehlern einfach mal lernen Mann fuck Die Ruhe und Gelassenheit ist direkt wieder hin Hau ab Ist einfach nur dumm So jetzt packen wir es auf alle Fälle Wenigstens nochmal bis zu der Stelle kommen Wo ich vorhin dann mit dem Sprung versagt habe Fuck Fuck Oh Gott sei Dank Der war noch im 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 Och komm Ein Leben noch Ein Leben noch Dann 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 Nein. Hauptspuck Pflanze. Ich brauche so ein Pulsmesser, noch gehts, noch ist, noch ist okay. So, Arschkopf. Mann, ich habe da oft nicht geschossen, Mann. Ach, ich habe da noch mal gedrückt auf springen. Vergessen zu schießen und nach oben zu gucken. Zwei Fehler, die ich nie wieder begehen darf. Die habe ich ja gefressen mit ihrem Scheiß. Was spucken die da für Kanne? Weiß es nicht. Ich kenne keine Früchte. So, einfach mal kurz abwarten, dann reicht das schon manchmal. Mann! Kackpilz! So, jetzt wird es scheiße. Nein! Fuck! Kann ich den Dash eigentlich auch auf den Boden machen? Ah! Ah! Fuck! Okay, so wird es wahrscheinlich. Ich habe schon Nackenschmerzen, ey. Ich muss ja niemanden abschließen eigentlich, ne? wenn ich schnell genug bin. Oh, komm! Jawoll! Blub, blub, blub! Kommts warten! Ja! Wird langsam. Der Mann lernt dazu. krieg ich die damit weg ja ne ja okay die die sterben dadurch was ist das dafür ist es das hätte ich mir ja nein entschuldigung ich wollte nicht ins mikrofon kommen wenigstens ein level na das wird das war einfach doch ja ja gut ach ich bin dumm statt nach oben zu schießen habe ich nach oben bin ich nach oben gesprungen oh oh Das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm von mir. Das ist genauso bescheuert. Nein! Diese Kackentraube! Schon wieder überrascht. Wer springt denn dreimal in so einer Coin vorbei? Man entwickelt aber schon sehr, sehr schnell den... Wo? 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 Wo war ich denn eben? Oh Gott, sorry. Entschuldigt, ich möchte nicht ins Mikrofon schreien. Hör doch mal auf mit so einer Scheiße! Ich hab nur noch ein Leben wieder. Alter! Ach komm! Ach komm! So bescheuert! So dumm! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Es ist gar nichts mehr werden. Hm. gottes willen ich wollte es mal probieren so durch zu das ging ja wohl gehörig in die hose ich kann auch drauf bleiben okay ich bin auch noch fast selber rein ist auch geil wieder nur ein leben das war von anfang an kacke der lauf was los da unten fach 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 oh komm ey den konnte ich nicht sehen da oben ich muss jetzt hier so viele abschließen bis ich dachte ich könnte das bloß mit dem power move machen das ist noch nicht mein boss ich balle jetzt einfach die ganze zeit hier rum das war knapp den kleinen blaumann hier erwischt ach komm man ausgerechnet dabei wie dumm das war eine popcorn maschine sehe ich jetzt erst so jetzt hier nochmal versuche mich nicht aus dem konzept zu bringen ich kann schon erwischt den da drüben doch mal so bravo bravo das war level eins von mir von kapett ich freue mich sehr auf die nächsten level juhu ich finde es ganz geil das gilt technisch ist dann noch ganz viel luft nach oben bei mir aber ich freue mich auf die nächsten level auf die bosse vor allem gehört ja gut wenigstens ein paar coins gesammelt was kann ich jetzt alle mitgenommen habe ich weiß es nicht hätten vorher vier fünf neun oder kann ich doch sehen ja doch haben wir alle super okay das war es von mir für die erste folge ich bedanke mich für das zu sehen tut mir leid wegen der vielen schimpfworte aber das ist nun mal so bis zum nächsten mal und haut rein ciao